Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Display. Zwischen den Folgen habe ich jetzt schnell mal den Acker hier fertig gemacht. Jetzt brauchen wir bloß noch Wasser hier in das Loch füllen, nicht daneben. Perfekt. Und den Acker schon bepflanzen. Am besten setzen wir außen. Hier geht's schon, nochmal schau dir. Hier ein paar Bambusel hin. Schnell noch was essen zwischendurch. So, dann schnell hier ein bisschen flügen, ackern, wie auch immer. Oder hacken halt, das ist ja eine Hacke. Und ein paar Seeds setzen. Genau. Ich hab zwar nicht mehr ganz so viel, ich könnte noch ein paar in der Kiste haben, muss ich mal schauen. Aber wenn ich, ist ja auch nicht schlimm. So. Wir bräuchten also noch erstmal mal zwei. Haben wir hier in der Kiste noch nicht? Wir haben noch Zuckerrohr. Sieben Stück Zucker noch. Oben vorne eine Strinne. Zwei, da können wir sogar hier nochmal machen. Genau. So. Damit ist das erstmal erledigt. Haben wir gerade Fackeln einstecken? Ja. Hier eine hin. Hier. Hier. Hier könnte auch noch einer hin. Perfekt. Drüben sehe ich gerade eine Höhle. Können wir hier mal irgendwann untersuchen. Achso, hier muss ich noch Sand wieder reinfallen. Ich war zwischen der Folgen auch schnell mal ein bisschen farmen. Viel Kohle geholt. So, das geschafft. Das könnte man oben hinbauen. Dann haben wir da Klaas. Ja, 25. Und. Haben wir bloß eine 38 holen? 43. Oh, das. Na gut, wir haben ja bloß die Pfeiler. Da geht das. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da schaffen wir es doch mit der Anzahl. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich doch mal überdenken. Ist der Pfeiler hier drunter oder ist der hier daneben? Und das hier drunter wird. So. Dann machen wir hier mal was Schönes, was von außen vielleicht besser aussieht. Genau. Wir müssen im Blick wieder was essen. So. So. Nahrung haben wir für das erste. Das sollte also gehen. Gehen. Naja. Ich mach hier nur Schaden, ey. So. Wie hört, bist du? 12 nochmal. Und hier unten nochmal. 32. Na, wir haben ja fast ins... Na. Etwas über ans Deck haben wir ja schon. An Steinen. Das ist gut. Da können wir ja langsam anfangen, das Dach schon zu bauen. So. Dann machen wir mal was. Das ist das Inventar und das rein. So. Das ist wohl wieder falsch ausmacht. Das ist ja kein Klass, was man verlieren würde. So. Naja, wieder so viel abbauen. Aber das macht er nicht. Ich hatte zwar in der letzten Folge gesagt, ich will das zwischen den Folgen mal fertig machen. Aber. Ich dachte mir. Warum. Sollte. Ich. Ich. Brauche nochmal Glasschall. Ich fehle aber doch ein bisschen. 29 wird eng. Ich hab besser 6 Sand, ey. Ich muss Sand holen. Eindeutig. Das war klar. Und wieder falsch gesetzt. Ehh. Jedes Mal selber. Da noch eins. Da noch eins. Gut. Hier noch eins. Hier auch noch. Gut. Das war falsch. Oh, jetzt zerbricht sie. Ne? Oh, bestimmt klein. Auch bestimmt klein. Mhm. 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 Irgendwann ist das auch vorbei und wir haben ein schönes Haus. Ich komme natürlich nie an. Wäre ja zu schön, ne? Oh, ich habe schon wieder Keh, ne? Oh, ich muss ja noch eins runter. Tja. Ich habe zwar nur paar Ziele drin, aber es sind zwei Steine, es lohnt sich auch nicht. 13 Ziegel, Steine, also fünf Ziegel. Okay, also wir müssen unbedingt noch mal Zeug besorgen. Habe ich vielleicht sogar noch was drin, ne? Ich habe drei Ziegel, das ist aber noch da. Jetzt haben wir uns jetzt ins Handkümmerer, also noch mal reinschmeißen. Jetzt haben wir hier oben halt mal gewünscht. Kürbis? Ne. Okay. Das brauchen wir fürs erste nicht mehr. Also. Ja. Achte, jo, noch zwei Ziegel. Das reicht noch nie. Habe ich das Gefühl. Aber das macht ja nicht. Wir haben ein bisschen Zeit. Und alle. Na ja. Gut, hier haben wir nochmal 19 Glas. Das wird bis auf eins reichen. Das ist unten am Ofen. Ab ins Bett wieder und dann schaffen wir so. So. So, wir haben nochmal ein Glas drin. Das reicht zwar um Längen nicht, aber... Also nochmal Sand vorn gehen. Einen guten Stack. Nur vier Ziegel. Sand und Ton. Sand und Ton. Eindeutig. So. Ich muss nochmal schnell was zutern. Ich bräuchte hier unten Wasser. Wie nah komme ich hier ans Wasser? Äh, ne. Nah genug wurde ich mal behaupten. Ich hatte vorhin eine Sandbank. Gesehen. Dort hinten. Nehmen wir mal ein bisschen. Weizen haben wir da. Oh Gott. Gehen wir uns fährt mal füttern wieder. Da gehen wir halt das Pferd füttern. Ja, die ist hier versuche ich gleich lieber. Wollen wir uns sagen, die zwei bitte noch. Zwei Sternchen bitte noch. Habe ich da noch eine da? Äh, äh. Ne, habe ich nicht. Schaufel habe ich da noch. Schaufel habe ich da noch. Schaufel habe ich da noch. So. Halb kaputt. Ey Fertchen. Lups. Oh. Volle Lennung. Hallo Huhn. So. Ich habe eins. Das ist gut. So. Da lang. Okay. Das hätten wir fast schon zu Fuß gehen können. Moment. Hier war lau oder? Ne. Ach hier drüben. Das ist gut. Ich brauche viel Sand. Viel, viel, viel Sand. Wir machen einfach so lange bis die Schaufel kaputt geht. Was komisch ist, ich habe bei Lava, in der Nähe von Lava immer FPS Einbrüche. Okay. Unser Haus sieht echt crazy aus. Naja. Oh, die Schaufel ist weg. Wie viel haben wir? 47. Fertig. Fast 50. Wieder mal. Oh Gott sagen. Wo ist das? So, das und... Naja. Wir brauchen eine Schaufel. Na, wir haben ja... Fichten heute. Machen wir uns halt schnell eh, ne. Haben wir alles mit, ist ja nie so. So. Ey Hase, hau ab. Ach so. Schwert. Jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich fast 60. Jetzt habe ich noch... 25. Die Lava zieht echt eff... Hier. Jetzt wieder... 58. Nicht normal. Kommst du an die Lava ran? Die zieht sofort. So, ab zu Wasser. Wir müssen zum Wasser. Da drüben war glaube ich welches. Ist schon mal kein Monster zu sehen. Oh, das ist mir zu eikel. Da muss ich mal besseres Equipment haben. Ist auch nicht. Nichts. Wir brauchen aber Klee, beziehungsweise der Ton. Wollen wir erstmal wieder was essen. So. Das Pferd kriegt durch den eigenen Sprung Fallschaden. Okay. Das ist Sand. Das ist auch Sand. Das ist auch Sand. Hier geht's auf allem für schon mal Kohle. Und hier ist eine... Höhle, hätte ich gleich gesagt. Wir sind in der Nähe von da, aber die FPS geht schon wieder sowas von ab. Dabei ist sie dort vorne. Hier muss da... Oder wollen wir hier schon mal abbauen? Kann ja auch sein. Ey, Lava ist echt Mist. Schon geht's wieder flüssig. Schon wieder Lava. Irgendwo ist Lava. Hier drüben ist glaube ich... Äh ich ja. Ein bisschen Klee. Warte jetzt. Ja. Sieht gut aus. Es waren die vier. Aber es ist ein Anfang wieder. Ist ein Anfang. Immerhin. Ist doch alles weg. Genau. Ich glaube das fährt das mehr als ein Block. Breit. Deswegen kommt man so schlecht manchmal durch. Das wäre logisch. Seerosen. Ah ja. Jetzt wird's zu tief. Wir sind im anderen Video. Eindeutig. Schafeln. Riesige Klee bekommen, ey. So muss das sein. Oh, wir sind schon wieder bei... Fast 18 Minuten. Naja. Gut. Ich sammle ein bisschen. Reite zurück zur Basis. Beziehungsweise zum Haus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Viel Spaß.